Jo, willkommen zurück zu Varro, mein Teampartner Black Dragon auch noch mit am Start und ich würde sagen wir join jetzt mal drauf, ne? Richtig am stüssen, jo, bin am joinen. Ich bin drauf, wo es, wo es gehen. Oh, die Niki und die Niki trauen. Oh, es werden weniger. Wir müssen an die Oberfläche, ich habe Hunger. Ja. Warte, ich habe elf, ich habe elf Eis, ich mache uns kurz bisschen was Rüstung. Ja, ich habe Hunger. Ja, sieht es an. Hilft mir nicht, wenn ich Hunger habe. Komm, schnell. Schnell. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. So, ich will nicht sterben. Haltet durch. Ander Tag Hörn habe ich immer noch. Ja, wir schleichen uns. Eine. Soll ich graben? Ja, mach du. Ich glaube, das Verbot hat hier noch mehr Hunger bei mir. Ja. Oh, ich komme da nicht hoch. Jetzt. Wo bist du? Warte, ich verpiss mich von deinem Block. So. So. Und ganz dringend essen. Ja. Immer sneaken. Bin je. Ich habe so Angst zu sterben. Nicht nur du weißt, ich bin nicht allein. Fangen wir jetzt nicht an, von wem hier. Du sterbst schon nicht. Du sterbst nicht. Du sterbst nicht. Du sterbst nicht. Du wirst es schaffen. Haben wir bei GLP auch gemerkt. Er ist dann auch gestorben. Du wirst es schon schaffen. So. Die zwei Niggis sind auch noch da. Ja. Ja. Serti ist drauf und Ray KD. Also. So, wenn man das auch bedeuten soll. Oh, kleine Spitzhacke. Ich brauche eine Spitzhacke. Hast du eine? Ich habe meine halb kaputte Stein noch und meine Eisen. Ja, ist okay. Ich habe schon mal ein Schwert in der Hand. So, die Wettnung begegnet. Nice. Halbe Keul. Sehr schön. Oh, oh, oh. Komm, schneller. Bleib, bleib, bleib einfach stehen. Ich gehe hoch. Ich glaube, wenn du dich bewegt, geht du Hunger schneller runter. Unproduktiv. Ich glaube, du wirst ewig brauchen, bis du oben bist. Ich glaube, wir graben uns einen Berg rein. Kann es sein? Keine Ahnung. Hier ist noch Eisen. Komm mal die Platz auf. Hier ist noch Eisen. 37 Grad. Aber du bist so auf jeden Fall, ja. Okay, die Niggis sind auch weg. Ich beugt ja jetzt einfach. Ist mir scheißegal. Sind wir jetzt alleine drauf? Ne, der Drake ist noch da. Noch nicht. Wann mir noch in der Spieleleiste angezeigt. Ich habe nämlich keine Spitzhacke mehr. Und kein Holz mehr. Warte. Warte. Oh, fett, danke. Hey, ich bin nicht fett. Sorry. Arschloch. Leidigt mich hier. Ich nehme das Eis noch mit, gell? Nein. Nein. Was ist, wenn ich sterbe? Darfst du nicht, das wirst du nicht. Ja, jetzt fängst du auch schon an. Ja, Hunger ist leer. Scheiße. Oh. Aua. Fuck. Nein. Aua. Stürb mir nicht weg, bitte. 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 Ich sterb. Ich habe nichts zu essen. Nein, bitte. 61 sind wir. Hier schon. Schlag einfach übel viele Blätter, wenn wir an Bäumen sind. Vielleicht fällt ein Apfel runter. Ja, machen wir. Das ist schon eine Erde. Ja, wir sind gleich oben. Aua. Noch fast mein halbes Leben. Los. Los. Oder guck, wenn ein Zombie kommt, schlag ihn. Schlag ihn tot. Dreieinhalb. Hier ist nix. Aua. Drei. Dreieinhalb. Bitte, 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 bitte. Stirb nicht. Eineinhalb. Eins. Nein. Ich bin gleich weg. Apfel. Apfel. Apfel, komm runter. Dort. Nein. Nein. Es ist nicht wahr. Die Musik wird gleich eingeblendet. Ach nee. Jetzt bin ich allein. So eine Scheiße. Boilerscreen wird eingeblendet. In ein paar Sekunden. Ach nee. Ich bin alle. Ich bin gleich redet noch mit dir. Sie ist lieb. Wow. Wir haben uns noch ganze 6 Minuten und 20 Sekunden geschafft. Glaub ich. Och nö. Ich geh mir jetzt irgendwo Essen suchen. Nicht, dass mir das auch noch passiert. Ja. Auf jeden Fall muss ich Deprimusik einblenden. Die Musik haben wir ja schon gefunden. Jetzt bin ich echt extrem traurig. Ich muss die Musik einblenden und gleich meine Status-Meldung machen und so. So, Meldung auf Twitter machen. So unglaublich. Glaubst du mir, dass ich mich gerade richtig schlecht fühle? Ich fühle mich schlecht, weil ich dein Chicken gegessen habe. Ich fühle mich gerade richtig schlecht. Sehr schlecht sogar. So, Veed wird gesendet. Da war es schon. Ich habe hier irgendwas entdeckt. Mein Tweet bearbeiten. Das sind Blinder, da ist klar. Warte, manchmal muss ich löschen. Schreibt nochmal. Hm, ich brauche Essen. Gezweinen. Die haben bestimmt schon alle, die ganzen Tiere hier gesnackt. 100 pro. Sollte ich mal in der ganzen Leiste suchen. Bestimmt irgendwo hier. So, nochmal. Dein Handy ist am Vibration. So, jetzt ist es richtig. Ich sage nur trotzdem, teilt. Und wenn ich darf, rede ich immer mit. Klar, du kannst mir bei jeder Folge, äh, Dings hier... Wenn Teilnehmer bin, wieder mehr bin. Ich bin gerade auf der Suche nach Essen. Du musst für mich überleben. Ich gebe mir echt Mühe. Du weißt, PvP, Noob. Paro, Part 2, Ende. Ich habe mir jetzt echt Mühe gegeben, den Tweet zu schreien. Boah, wie es bei mir gerade übertrieben lecken tut. Gutes Deutsch. Wie es bei mir gerade übertrieben lecken tut. Wie es bei mir gerade übertrieben am lecken ist. Geht doch. Aber das war laut. Auf jeden Fall habe ich einen, eine sehr gute Musik. Ey, wo sind die ganze Tiere, ganz ehrlich? Entweder gab es wenig oder die sind alle gestorben. Ich will auf jeden Fall mit der immer reden. Ey. Wenn ich nicht mit der reden darf, dann ist mir noch langweiliger als sonst. Kannst du gerne. Ich tue jetzt Blätter abschlagen, vielleicht habe ich Glück und ich kriege... Äpfel. Boah, richtig uncool. Äpfel kriegt man von Birken, oder? Kannst du von Eichen kriegen. Ja, super. Don Haralto wird nun gekickt. Äh, kann alleine... Snippets wird nun gekickt. Snippets ist auch da? Ich habe die Spieleranzeige backt, ein bisschen rum. Das glaube ich auch. Da werde ich wahrscheinlich auch gleich gekickt in drei Minuten, ne? Ja. Ich will essen. Muss ich extra den Moment ausschneiden nochmal und dann da hinsetzen und Zeitlupe reinhauen? Boah, das kann nicht wahr sein. Sind das Eichen, bitte? Eichensetzling. Ich schaue mir grad die Musik extra an. Boah, ich krieg nur Setzlinge. Ich baue jetzt einfach mal die Bäume hier ab. Da fällt bestimmt irgendwann mal ein Apfel rund. Ich bin echt traurig. Ich bin echt traurig. Ich bin echt traurig durch die Musik. Ich krieg einfach nichts zu essen. Ich bin echt traurig. Die haben sich die ganze Tiere hier schon gesnackt. Ach man, was ich noch machen könnte, wäre angeln. Das sind nur 30 Sekunden. 40 Sekunden habe ich noch. Ich meine, ich habe noch 30 Sekunden. Zuckerrohr brauche ich auch. Ich brauche so viel. Ja, hier habe ich noch 10 Sekunden. Hier ist eine Werkbank. Hier war also jemand. Gehen wir durch. Ich werde gar nicht gekickt. Ich werde echt nicht gekickt. Dann würde ich sagen, ich beende das hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ja. Ja.